und ja da waren halt dann so leute die sagen man darf da auf keinen fall drüber lachen das nimmt die angst davor und dann muss sagen ich bin selten also wirklich offen gesagt selten bin ich einer ähnlichen meinung wie oliver pocher weil ich oliver pocher grundsätzlich nicht nur für den hellsten halte aber wenn dann oliver pocher sagt ja man sollte sogar über dieses thema lachen weil es wenn man etwas ins lächerliche zieht nimmt es die angst davor oder so ähnlich ich weiß nicht ob das jetzt ob das jetzt der genaue wortlaut war keine ahnung ich kenne das in der ich kenne das talkshow jetzt nicht auswendig diese folge aber der hat halt wirklich recht wenn man über etwas lacht kann man etwas viel einfacher verarbeiten humor ist wichtig es ist auch ganz wichtig wenn man später mal alt wird das praktiziert mein opa der das glaube ich quasi wenn ich so sagen kann das alt also ich respektiere meinen opa dafür wie er alt wird er sieht halt mit humor akzeptiert dass es nicht mehr so geht wie früher nicht alles ja und lacht halt drüber wenn halt irgendwas schief geht was kann er denn dafür mein gott ist halt so und wenn man es nicht mit humor sehen kann das alter dann wird man verbittert und es ist auch an anderen dingen so und das ist halt auch das was bei markus landz oh gott sind wir wieder bei samuel koch bei dem thema das ist einfach ah also samuel koch ist durch wetten dass durch sein unfall extrem bekannt geworden kann man nicht abstreiten der typ wäre wesentlich unbekannter wenn er nicht der wäre der wetten dass so schwer verunglückt ist aber das land ist einfach nicht akzeptieren kann ihn wetten dass beim interview dass samuel koch sich mit der situation super zurecht findet und absolut kein opfer sein will von irgendwas warum kann man das nicht einfach akzeptieren so wie es ist weil er damit ding die gesamte idee von lands kaputt macht oder so das gesamte talkshow also talkshow kann man sich sagen weil das das gibt der gesamte small talkshow konzept von lands kaputt ich weiß nicht ich habe keine ahnung aber das meines erachtens einfach der katastrophe gewesen und es will nicht wissen wie unangenehm das für den herr koch gewesen sein muss sich da die ganze zeit dieses dumme gelaber vom lands an zu tun und auch nach wiederholten betonen dass es überhaupt nicht nötig ist dass das einfach furchtbar ist was lands da abzieht und dass das er einfach nicht aufhört damit dass das also ich weiß nicht aber dann er muss einen so furchtbaren fremdscham verspürt haben für das verhalten von lands das ist das will ich gar nicht wissen also in so einer situation möchte ich wirklich die haus voll betroffen stecken die halt wirklich da total missinterpretiert werden von den rollen herrn und ja wie das ist halt so dass man muss sich halt mit den sachen abfinden und dann ist das gut wenn man das nicht schafft dann wird man verbittert und darauf hat hat lands wahrscheinlich in dieser situation spekuliert weil natürlich war das ist muss das ein herber einschnitt sein ja auf einmal live verlaufener kamera sich nicht verschen zu zu ziehen ja das ganze bisherige leben ist dann quasi so erstmal gelaufen aber hey es muss doch weiter gehen wenn man sich dann damit abfindet ist das doch gut dann muss man das auch als moderator von irgendeiner sendung akzeptieren dass das jetzt so ist und nicht einfach stur versuchen das ganze tragisch hoch zu spielen wie schlimm das doch jetzt ist ne wie schlimm sich jetzt das leben geändert hat ich meine bis auf die körperliche einschränkung ist doch eigentlich alles eher fast hat sich auch einiges zum positiven geändert wohlgemerkt bis auf die körperliche einschränkung das darf man jetzt nicht vernachlässigen er kann sich nicht mehr so bewegen wie früher er sitzt im rollstuhl aber er hat dadurch Filmrollen gekriegt wie zum beispiel baronik im kopf ohne den unfall das wette ich mit euch hätte er wahrscheinlich nie die möglichkeit gehabt in solchen produktionen mit zu spielen und das muss man halt einfach auch mal berücksichtigen dass sich hinter jedem hinter allem was passiert sei es auch auf den ersten Eindruck noch so furchtbar noch so einschneidend dass man das sich dahinter auch eine Chance verbirgt die man halt einfach nutzen muss und man kann sagen was man will Sammelkoch hat diese Chance genutzt und es ist wie man im wetten das gesehen hat ein glücklicher Mensch weil es halt sich damit abgewundert hat und ich glaube das auch ein bisschen mit Humor sehen kann dass es jetzt dass es halt jetzt anders läuft Humor ist halt wichtig und das gleiche gilt halt auch für Themen die man im wahr Fall nicht mehr ins lächerliche zieht ja oder weil viele verbitterte Leute sagen das darf man auf keinen Fall verarschen weil das wird doch verharmlost ja wenn man Hitler verarscht ja dann verharmlost man alles was im dritten Reich an Unrecht geschehen ist ey völliger Bullshit nur weil in Sketch History bei der Rede von Goebbels mit Wolde dem totalen Krieg immer zuerst ein total schlechter Witz erzählt wird nehmt das doch nicht in Schrecken von den Kriegsverbrechen ich verstehe diese Argumentation einfach nicht nur weil man halt Sachen parodiert oder beim Buch er ist wieder da Hitler in die heutige Zeit projiziert äh warum sollte das jetzt den Schrecken und die Kriegsverbrechen verharmlosen also ich wüsste nicht wieso und warum und bla 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 mal davon abgesehen dass ich persönlich absolut nicht mehr dafür gerade stehen kann was zu einer Zeit passiert ist in der noch nicht mal meine Mutter gelebt hat und ich glaub das vergessen diese Leute immer dass die heutige Jugend und auch die heutige arbeitende Schicht das ganze nicht mal mehr miterlebt hat das will ich nur mal anmerken ja da waren halt Leute dabei KZ Überlebende die in der in Israel in der deutschen Botschaft gearbeitet haben und teilweise oder noch arbeiten ne der der hat ein KZ überlebt natürlich sieht er das anders aber die die heutige Zeit kann sich nicht mehr für etwas schuldig fühlen und die heutige Gesellschaft kann sich nicht für etwas schuldig führen für das sie absolut nichts nichts kann dass sie nie die Möglichkeit hat zu verhindern oder zu verändern das ist Geschichte das ist Stand aktuell geschehen gut mit Albert Einsteins Raumzeit ist das jetzt eine andere Sache da passiert das auch gerade eben da landen wir wenn wir irgendwann mal auf dem Mars landen als Menschen mit bemannter Raumfahrt landen wir auch jetzt gerade schon auf dem Mars war alles zu gleicher Zeit also gleichzeitig in verschiedenen Raum Zeit Kontinuen passiert oder so ähnlich ne wenn man so sieht können wir was dafür auch wenn wir dann trotzdem da nicht leben wenn es weil es ja zeitgleich passiert wird an einem anderen Ort in der Zeit ich glaube so ist es einigermaßen verständlich formuliert aber man versteht es immer noch nicht das ist toll ähm aber wir können nicht ich persönlich kann nicht für etwas gerade stehen mit dem ich nichts zu tun habe außer dass ich in dem Land lebe was aus diesem Staat der das verbrochen hat entstanden ist mehr als diese rein territorialen Zusammenhang habe ich nicht damit und klar der Geburtstatt und äh das Geburtsland entscheidet über vieles im Leben ja wenn ich in Afrika geboren worden wäre und in Afrika wohnen würde im Dschungel im Dschungel hätte ich zwar was den Lebensstandard und den Lebensbedingungen betreffend die Arschkarte gezogen dafür müsste ich nicht für das für das Dritte Reich in Anführungszeichen gerade stehen ja aber wir Europäer also das heißt wir Deutschen wir Deutschen müssen ja nicht eigentlich wenn man so sieht nicht auf das Dritte Reich gerade stehen ja wir müssen auch für unsere Kolonien die wir in Afrika hatten gerade stehen aber das wird ja total vergessen und wenn man das dann so weiter projiziert ja dann haben alle anderen Völker in Europa genauso viel Dreck am Stecken wie wir genauso viel die Russen haben zwar nicht so viel Kolonialpolitik in Afrika betrieben und da die Völker ausgebeutet dafür hatten die dann oder haben sogar immer noch Zwangsarbeitslager zu unmenschlichen Bedingungen ha machen wir uns nichts vor das passiert auch immer noch oder China ha wir haben alle Dreck am Stecken aber das ganze hat einen wesentlichen Unterschied in Frankreich zum Beispiel redet man darüber einfach nicht hey da sagt kann man da sagt man auch hey Leute die Kolonialzeit ist vorbei da können wir jetzt nichts mehr für damit haben wir nichts mehr zu tun war scheiße aber hey lass doch die Vergangenheit die Vergangenheit sein wir lernen daraus also vielleicht im Weltraum und zerstören damit so ziemlich alles was da jemals war wir lernen daraus das ist nicht mehr passiert aber wir stehen nicht mehr dafür gerade dass aus irgendwelche Typen die im gleichen Land also auf dem gleichen Gebiet gelebt haben wie wir es heute tun mal für eine Scheiße gebaut haben und was ich halt nicht verstehe ist warum wir in Deutschland das nicht dürfen einfach die Vergangenheit Vergangenheit lassen sein sollen wir uns immer noch dafür rechtfertigen und entschuldigen sollen was vor 70 Jahren war bis 5 ist das 70 Jahre her ich weiß nicht was in 2016 minus 70 ja müsste 5 müsste 46 sein ja 70 Jahre das ist ja gut mittlerweile nicht mehr aber das ist ja man kann doch sagen ungefähr menschenleben man muss mal abhaken können man muss das mal verschieben können genau da hilft ihr der Boomhohr auch ja ja verharmlost das ja nicht aber Humor ist auch wichtig um irgendwas zu verarbeiten aber das verstehen halt irgendwie nicht alle Leute ja dann an 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 Vielen Dank.